So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play SMP Level Team. Ja, ich bin jetzt hier noch kurz gestanden und habe mich mal per FS-Chat mit Cherry Gamer unterhalten. Ich musste ihm leider sagen und auch allen anderen, die eventuell mal so bei einer Folge dabei sein wollten, das kann ich leider nicht machen, da ich niemanden bevorzugen will. Ähm, allerdings habe ich eine endgültige Entscheidung für das On-End-Special getroffen. Und zwar werde ich dort, äh, für das On-End-Special und gleichzeitig 100 Folgen Live Team, werde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so, oder eine Dreiviertelstunde mal gucken, wie es läuft, äh, auf Live Team spielen und dazu werde ich mal ein TS mieten, wo alle mal drauf können. Aber wie gesagt, sonst, irgendjemand könnte gerne in dem Platz dabei sein, ja, aber, äh, weiter will ich da noch echt keine vorzugen. Denn, man glaubt es kaum, aber auch, ich bekomme jetzt eine Anfrage, ob man nicht mal zum Aufnehmen möchte. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ja, okay, bei dir mache ich eine Ausnahme, ja, dann denkst du nicht, wie der Rest alle, na, warum bin ich nicht bei mir, ja. Also, wie gesagt, wenn ihr ingemistet habt, ja, schreibt mich, äh, schreibt mich an, schickt mir eine FS oder so und dann haut das hin. Dann können wir in dem Part bisschen rumrennen, aber das war's dann auch. Außer natürlich beim Special War auf jeden Fall. Alle, alle dabei sein sollten. Ähm, Sekunde, ich schreibe ihm kurz, Ähm, dass ich die Runde noch, äh, ich darf, ne, ich fahre die Runde noch zu Ende. Dass ich noch die Runde zu Ende fahre. Ihr glaubt nicht, wie schwer es ist. Ähm, Stein, B, laden. Oh, Stein. Hä? So, Steine, wir laden. Achso, Steine, entladen. Steine, ent, laden. So, jetzt. Okay. Ich muss einfach kurz was im Video anmerken, ja, weil mir grad K geschrieben wurde, ja. Wenn du das Video siehst, hab ich eine Frage an dich. Was magst du denn mit der ganzen Freizeit, ja, die du einsparst, indem du K statt OK schreibst? Wie, okay, ja? Das muss dich ja überwältigen. Ach ja. Gut, äh, entweder stech jetzt das Auto ab oder ich mach eine Runde, das weiß ich noch nicht. Das seh ich dann vermutlich gleich. Ich schätze mal, ich muss jetzt abstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel, viel bekomme ich denn jetzt vor einer Runde. Das hab ich schon wieder vergessen, ja, toll. Ja, toll. Aber ich würd's ja vermutlich dann gleich sehen, wenn ich die. Und jetzt ändert man dann so groß auf dem Bildschirm die Anzahl der hart verdienten Dollar steht. Vermutlich. War auch wirklich Black Monday und Dark Montag. War auch... Und ganz sehr perfekt, wenn der eine schwarz oder dunkler Montag heißen, dunkler Monday und andere Dark Montag. Das würde so, wie ist der so? Deutsch, Englisch. Maha, der war, 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 der war scheiße. Oh, äh, ist das veroffen? Oh, ich bin ganz schön leichtsinnig. Okay, ab zur Stadthalle. Äh, ich hab auch noch genug Geld, um den Zoll in Rheinland zu bezahlen. Äh, das ist doch perfekt, ja. Das könnte doch gar nicht besser laufen, doch, wenn ich gleich auf der richtigen Straße wäre. Gut, dann ab zur Stadthalle. Mal gucken, ob er eine Idee hat, was wir machen könnten. Wenn er eine Idee hat, dann werden wir uns nicht machen, was er Lust hat. Wenn nicht, dann werde ich mir wahrscheinlich hier, dann werde ich wahrscheinlich kurz den Pilot annehmen und dann, weiß ich, wie dem eine Runde fliegen oder so. Und das gucke ich dann mal. Gut. Ja, 6 mal Sonderhund. Ich muss nicht mal scheißten, ja. Du bist gar nicht, wie schön das ist. Ja, okay, das. So schön das erste Heranfahren im letzten Part war, so schlecht war der hier. Äh, der hier. Der Heranfahren, ey. Äh, das. War das Heranfahren jetzt? War das Heranfahren? Das hört sich komisch an. Das hört sich einfach komisch an. Das passt einfach nicht. Ne, was soll ich machen? Was soll ich denn tun? Ich muss ja ein bisschen Gas geben, obwohl. Vielleicht auch nicht. Du weißt, entschuldige mich. Aber offensichtlich, dass ich jetzt nicht zu schnell fahre. Das könnte jetzt vermutlich sehr schnell, sehr verlockend sein. Was aufs Gas zu drücken. So nach 80, okay. So, wenn man sich so eine Schaltung wünscht, wo man einfach im Gang sein könnte, wo man eben immer unter 80 wäre. Oder so ein Tempolimiter, ja. Also, wenn das noch eingefügt wird, das wäre ziemlich premium. Oder ist das mit Mods möglich? Ich weiß nicht. Muss mal googeln, ob sowas gibt. Und, ja, die Schwindigkeit, um zu gucken, das ist... Das Problem ist halt dieses ständige... Entweder gebe ich Gas oder ich gebe keinen Gas, ja. In echt ist das ja alles möglich, wenn man so... Halbgas geben kann, aber hier ist das eher nicht möglich. Nieder mit dem O-Amt. Okay, das... Okay. Ja, okay. Okay. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht so? Oh, Fade erst 66 Minuten. Naja. Dodge, das passt schon. Gut, noch mal eine rote Ampel. Ja, die Anbepflicht ist voll. Spannend und so, hatte ich doch schon mal erwähnt. Das macht so voll Spaß, die ganze Zeit nicht anhalten zu müssen. Obwohl, man muss sagen, es ist vielleicht doch ganz gut, eben dafür, dass man nicht so schnell fährt, wenn es schon keinen Tempolimiter gibt. Improvisation ist der Schlüssel. Den habe ich voll gar nicht gesehen. Ja, voll gar nicht. Ich kann nicht mit dem, ich fahre mal dahinter. Ich fahre richtig. Ja. Fast. Aber was niemand sieht, das merkt auch niemand. Und das in einem Video zu sagen, ist so ziemlich das Blödeste, was man machen kann. Denn es sehen, ich weiß nicht, wie viele Klicks habe ich zur Zeit auf meinen Videos. Ich weiß nicht, außer nicht. Sekunde. Da hast du mein Handy. Warum lag das auf dem Boden? Okay. Das ist aber nicht. Sekunde, ich gucke es nach. Ich versuche mal dabei zu laufen. Aber ich hätte die Kamera nicht bewegen können. Einmal drehen. Ja, das ist. So, ach, da ist er ja. Ne, das war Black Monday. Da hat mich doch glatt, Black Monday an den anderen erinnert. So. Machen wir es denn hier auf WhatsApp? Nein, was will ich denn jetzt auf WhatsApp? Was will ich auf WhatsApp? Ich bin etwas Brain AFK. So ganz minimal. So hier, YouTube schon viel besser. Wollte ich denn jetzt auf WhatsApp? Okay. Dann warten wir mal. Das kann ja nicht so lange dauern. Ähm. Möchte ich suchen? Ich möchte nicht suchen. Ich möchte auf meinen Kanal. Hier, mein Kanal. Ähm, Videos. Oh, ich bin auf den falschen Kanal. Ähm. Nicht, dass ihr denkt, ich habe noch irgendwie einen anderen Kanal. Es liegt nur daran, dass ich normalerweise andere 8, heißt ja, anders mit meiner E-Mail angemeldet bin. Also eher mit meiner E-Mail angemeldet bin, als mit meinem Kanal. Ich komme, ob der gleich herkommt. Wenn nicht, dann renne ich kurz zu ihm. Äh, 27, 16, 57, 24, 21, 28, 25, 27, 69, 55, 66, 60, 54, ähm, sagen wir mal, 20 bis 30 Aufrufe. Also es sehen 20 bis 30 Menschen. Da ist er ja. Hi. Hfk. Hfk. Komm mal, kannst du mein Auto. Ich möchte nämlich fahren. Das. Das hat mich wieder niemand gehört. Nein, nein, nein. Ich glaube, er will vielleicht nicht mehr. Was? Gut. Ich, nein, ich, nein, nein, ich nicht. So. Oh, ich habe einen Schaden. Ich könnte immer mein Auto tunen. Warum bin ich denn auch auf diese Idee gekommen? Was soll man denn machen? So, Alter, ja. Wow, wirklich? Oh, das ist ja rechts von links. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich werde jetzt mal kurz warten. Das ist schon wieder mit 9 Minuten. Das ist unglaublich. Die Zeit, die verpflegt, das ist unglaublich. Da ich, wann der es auf dem 20. Zug einpacken kann. Ich glaube, ich kann meinen Motor ausschalten. Motor. Boah, okay. Ja, dann warten wir mal. Das kann ja gar nicht so lange dauern. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Also, zu lange möchte ich jetzt auch nicht warten. Auch uns wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Oder ich weiß nicht. Ist es nervig, wenn ich hier so warte? Ich sollte am besten was sagen. Das ist eine gute Idee. Jetzt kunde ich, ich werde mal kurz in die Stadt eingehen. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder runterfallen. Handy, alles gut, ja. Ich muss das irgendwo hinlegen, wo das nicht sich so anders ist. Würde eine Atombombe einschlagen, wenn das losgeht. Äh, vibriert. Ist abgeschlossen, ne? Ja, zu. Dann hole ich mir kurz meinen Job und dann. Und dann, und dann, und dann, dann hole ich mir kurz meinen Job und dann warte ich weiter. Ich hoffe, ich tippe nicht zu laut. Das kommt mir im Video mal zum Lautfeier. Ja, ja, mir kommt ja auch ziemlich genau über die Tastatur. Und, das ist vielleicht so ein unglaublich tolles Mikrofon, wo man alles durchhört. Naja. Dafür dürfte dir auch eine angenehme Soundqualität haben. Ist einfach schon. Wow. Wow. Wo ist der denn jetzt? Da ist er doch. Oh, der ganz schön am Ruckeln, oder? Da ist er ganz schön, oder? Nein, der ist für Ping. 59. Das geht. War auch nicht so. Was? Wie so, Ping? Was? Das ist ja doch, ne? Was macht er denn? Was macht er denn? Was macht er denn? ok aber was ich jetzt bald hier eventuell mit ihm unternehmen werde für spannende abenteuer dass sie der leider erst in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen schalte ich wieder ein bisschen und